Welche Scheibe? Ah. What the fuck? Oh, dieses Spiel, man. Oh Mann. Dann das schon mal ein 200 Meter Wunmeg in 0,3 Sekunden, ey. Also haben wir gar keine Schokolade mehr, von daher kann man das ruhig sagen. Schokolade, 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 Schokolade. Schokolade, 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 Schokolade. Hab ich schon Schokolade gesagt? So rummachen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Zumindest gibt's ja gute Musik, ja. Von daher willkommen, Club, bei der guten Musik. B war nicht benutzen, X war benutzen. Oh, scheiße, bin ich unfäh. Nope, getroffen. Ach. Mann. Das ist eine lange, aber nutzlose Nachricht. Geil. Eine nutzlose Nachricht. Du musst auch mal rubbeln. Ich kann nicht rubbeln. Ich hoffe, ich wird zweimal gerubbelt außerdem. Du musst ja noch an mich rubbeln. Rubbel, 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 rubbel. Ja, Looms. Ja, Looms. Oh, ja, Looms. Oh, ja, Looms. Die Kleinen, die Kleinen sind es. Entschuldigung. Looms sind die gelben. Loomi. Wir sind... Wo ist das Alter? Du bist 63. Und ich bin auch 60. Dass man da vielleicht mal mit anderen Menschen schon mal ein Kind haben könnte. Das kommt häufiger vor. Nooo. Wir sind so viel weiter. Nee. Wir haben ihn. Wir haben ihn. Wir haben ihn. Alter Schwede. Das ist so notwendig, so eine Waffe zu haben und so eine Penetration auf der gegen ihn zu haben. Ohne ist einfach nicht machbar. Geil. Ich bin grad so happy. Happy als ich bei jedem Dark Souls Boss war, ehrlich gesagt. Stellt dir gleich meinen Finger an und durch. Aber nur weil du es bist. Nur weil du es bist, Rubbel, da darfst du das. Da steh ich drauf. Ja. Ja. Steck's schon tief rein. Hm. Ah. Ich füll alle meine Löcher aus. Ja. Bitte. Ups. Au. Scheiße. Ja. Jo jo. Ich bin die Aubergin. Ich komm zu euch nach Hause. Ja. Geil. Wa. AP. Ich bin eine Aubergine. Ich bin eine Aubergine. Und ich brauche dich. Ja, 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 ja. Nimm deinen Schwanz aus meinem Gesicht. Was ist mit dir falsch falsch, Mann? Why can't you be normal? Wann haut er mich noch? Schönen Dank. Das ist schon ziemlich wildes Draufgeknüppel. Der müsste jetzt eigentlich verwandeln. Ich habe genau den richtigen direkt erwischt. Lul! Jetzt kommt die Phase, die ich nicht geschafft habe. Wir haben direkt den richtigen. Kläpp, 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 kläpp. Die ist hier weggemacht. Der kommt einfach irgendwo auf der anderen Seite. Oh no! Das war, glaube ich, der dümmste Tod, den ich seit langer Zeit hatte. Oh scheiße. Die würde ich gar nicht haben wollen. Tschüss. Jo, okay, tschüss. Will ich jetzt einfach versuchen anzugreifen? Oh, ich gehe ganz runter. Ich dachte, ich komme aus dem Vorsprung. LOL! Da ist ein Loch! Was eine Asi-Scheiße! Wait, what? oh nö nicht schon wieder so eine stelle wo schießt er denn Wir haben uns nicht mal Licht an. Ja, Silver Night Archer, Alter, Flashbacks. Ich hab die Vietnam-Flashbacks. Komischen, die haben uns zum ersten Mal gekillt. Okay, die haben uns schon zweimal gekillt. Hideng Kiwi. Warum man sich den Namen ausgedacht hat. Xeli, ich möchte bitte, dass du den Namen, dass du mir das irgendwie aufnimmst und auf Discord stellst. Diesen Namen. Mach mal einen Screenshot. Ich möchte, dass du den Namen, dass du mir das irgendwie aufnimmst.